Hallo Leute und herzlich willkommen bei Elysia WTF wo ich jetzt bin gelandet So jetzt Einer tot Ja du, du ja Ha Habe ich schon Trigger rausgefunden Das ist schrecklich, oh große Raupe, warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen Eine zweifelhafte Ehre nehme ich an Ach, zu Schande, schon wieder Ja, ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Okay, nochmal Funkel Funkel Geh zu dem Baum, hilf unseren Brüdern Geil Das ist so schwer, glaube ich Wie habe ich erwartet Gibt es hier noch was? Jo Oh Die Vasen Zum Beispiel Äh, geben wir Hauke 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 Oh Die Tür nix Boah Welches Service Ich muss keine Tür aufmachen Aber 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 Es ist voll zu, gell Samurai Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Ah, Scheiße! Boah, du kleine Glückscheißer! Das kann nicht sein! Endlich einer! Boah! Du rechst du mich auf! Wunder, Scheiße! Ja, endlich einer! Boah, gibt es noch einen? Boah! 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 Nein, wo ist noch einer? Ach so Wo ist sie? Ja jetzt Ja Die haben mich aufgeregt, na scheiß Und weiter und weiter und weiter gehen wir Und blink Ach nicht schon wieder Gibt euch Gniong Gniong Doch klar Alter, wie das schnell das war Was ist das? Nix Nix Ah ja Also Oh ne Gleich kommt dieser Monster Ich mach nicht Und Jupp Oh Oh Danke Geh Aber Ja mehr mehr leben mehr leben mehr leben Nichts Zu einfach sein Ach Scheiße Geh Oh 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 Ah! Das gefällt mir nicht! Hallo! Will ich killen! Wow! Nächste! Ja! Gebt euch! Was ist das? Ja, diese Schleimflanken da! Ich bin langsam voll! Ne geht nicht! Schade! Jaja Hab ich mir auch gedacht Irgendwas muss da sein Oh, Zähne! Äh, ja! Abkommen wir kurz was? Ah, ja! Die Gis kann ich mir abkommen Gut, so wollte ich das machen Danach machen wir ja Später glaube ich Nächster Kapitel Pony Ah, klar! Ah! Header Na dir! Oh! Zwei dein fucking hässliches Gesicht! Ich kann nicht ganz evigaten. Ja jetzt. Endlich meine Fresse. Nix gibt's ja, ne nix. Scheiße. Hiiii. Fischiii. Ach, zu schade, wo er so nicht macht. Äh, eigentlich sollte noch was rauskommen. Vermute ich. Und eigentlich ist schon wieder Bugs was. Toll, Scheiße. Baaaaaah. Neh, eh. So Leute, ich werde sagen, machen wir den Schnitt, wo schon wieder, glaube ich, mein Spiel hängt. Da sollen Monster noch rauskommen, aber sind nicht. Alter, ich hasse es. Wieso? Ein bisschen was zu machen, aber... Ah, okay, ich kann überhaupt nicht da rein. Hehehe, toll. Uuuuh, cool. Schleudung. Also, machen wir ja Schluss bis heute und bis nächstes Mal, tja?